Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde TTT. Ganz entspannt mit ganz vielen Leuten. Boah, ist das nice? Oh, krasse Begrüßung. Ich mach das professionell. Ich titter grad schon, also meine Beine nicht ab. Gänsehaut wirklich. Man riecht die 10 Jahre Erfahrung. Er lebt doch davon. Ich werde halt bei mir so oder so vorher eine Begrüßung vorpacken, um überhaupt zu erklären, was abgeht. Ich hab direkt mal eine Frage an dich. Ja? Ist die Galil gut? Die Galil ist die beste. Galil, bros. Maeve, wir haben nur zwei Trader. Ich glaub, Maeve hat's gehört, oder? Hast du gehört, Maeve? Hat's gehört. So. Ich geb dir mal Deckung, Maeve. Glaubst du, jemand wird auffallen, wird hinterfragen, woher ich das wusste? Ja. Wenn Johnny kommt, ja. Dann soll man herkommen. Hä, ich hab's vorhin so schnell gefunden, ich find's gar nicht. Hey, so, ich geb der Deckung, ich geb der Deckung. Ich weiß, wie jemand, der uns noch mehr Deckung gibt. Lass mich doch in Ruhe halten. Oh. Ey, wie doof. Wo ist denn das gewesen? Ach, hier, rollen. Charita. Da ploppen grad die Zahlen auf, sag ich dir. So. Okay. Eingerichtet. Okay. Das sieht richtig fresh aus. Das ist halt die Ratte. Dankeschön. Ich hab mein Skin geändert. Ich bin jetzt eine coole Ratte mit dem Hut. Aber du hast jetzt doch schwarz genommen als Farbe, ne? Nee, ich hab eigentlich brauern genommen, aber irgendwie wird das nicht ganz... Ach, der Resette. Jetzt muss übernommen, oder? Ach, der Resette. Jetzt muss übernommen, ja. Okay. Ah, oh Gott. Ah, die hab ich da hingeworfen. Ach so. Dann lass mich nochmal liegen. So, leg dir irgendwo auch eine brauchbare Waffe rum? Hast du eine gute Waffe, Timo? Ich hab eine TMP und das war's. Ich hör... Ich hör... Ich hör... Ich hör... Ich hör... Ach, der hat sich gewütet, glaub ich. Das ist ein Geist, oder? Ich... Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist er tot. Ich hör alle. Ja. Ja. Ecke, Mutti. Ich hab tatsächlich... Ja, ich hab ein Gesicht bekommen. Ich hab tatsächlich... Ja, ich hab ein Gesicht bekommen. Ah. Hallo. Hallo. Oh, Papino. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Schauen, warum hast du ihn erschossen? Pia, 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 Pia. Weil ich bin sauer gewesen. Weil ich hab kein guter Wasser gegeben. Ich hab kein guter Wasser gegeben. Ich hab niemanden. Ich hab nichts mehr gebrauchen. Ich hab nichts mehr gebrauchen. Ich hab keine Pistin beworfen, Team in der MP5. Weißt du was? Warum wurde er jetzt getötet? Oh, okay. Du auch? Nee. Nein! Doch. Tja, das war ja wohl nix, wa? Stark. Ey, Timo, Timo. Kommt mehr Maeve her. Timo. Sehr langsame Reaktionszeit von euch, muss ich sagen. Ich vertrau dir zu viel. Also ich wusste, dass du Traitor bist und wir haben. Okay, wir muten uns nach jeder Runde und dann muten uns wieder, wenn einer anfängt. Ja, genau. Timo ist wacker ein bisschen wie so Cäsar. Du auch mein Sohn Brutus. Das war grad dieselbe Situation einfach. Scheiße, Mann. Gute Arbeit, Maeve. Ja. Ey, jetzt haben wir gleich drei Traitor, oder? Glaubst du, du wirst Traitor? Äh, ja. Okay. Hübscher Hut, Nerd. Ah! Ah! Du siehst, ich wurde Traitor. Naja. Ich wäre interessant. Ich hätte dich abgeknallt sonst. Das stimmt. Das kann ich halt bestätigen. Komm mit. Suchen wir einen Zombie. Wir können uns trauen. Und schubst ihn ein bisschen da rum. Er weiß nicht noch nicht ganz, wie es läuft. Ah! Oh! Er ist der Neue. Der Neue. Richtiges Opfer. Yeah. Wo treibt er... Oh! Blut am Tap? Was ist hier passiert? Ist das doch von der letzten Runde? Wo ist die Dose hin? Ich glaube, das ist doch von der letzten Runde. Oder doch? Oh, doch. Das könnte sein. Da ist ja... Oh, hallo. Hallo. Hi. Erschießt du mich jetzt einfach wieder? Hallo? Warte, ich wollte ein Spray machen. Bleib verstehen. Ne, ich bin innocent diesmal. Kann ich ein Spray irgendwo machen? Ach ja, man kann ja so wegschieben mit Rechtsklick. Ohne Schaden zu lassen. Ohne Schaden zu lassen. Ohne Schaden zu lassen. Das ist ganz witzig. Ja, ja, genau. Das ist natürlich chillig. So, und ihr seid alle innocent soweit. Ich glaube... Ne, Foley ist nur... Ach, das war seine... Ja, aber... Ich habe mir nur noch eine Waffe geholt. Weil der Dre hat die Disco despawned irgendwie. Ich bin so traurig. Ja, die kann man aufheben manchmal. Und die kann man dann trinken. Und dann wird... Dann hat man... Wird man um 15 geheilt. Oder kann sogar 15 Leben mehr bekommen. Und dann gibt es noch einen Kuss. Ah, die Monster. Mit dem kann man sich auch heilen. Ah, ja. Ich... Ich weiß nicht, was du hier versuchen willst. Aber ich küsse dich nicht. Ne, ich habe auch kein Inventar. Du bist noch ein bisschen früh. Das ist so sad. Der hat mich letzte Runde erschossen, ne? Kann ich... Ich kann ihn nicht direkt küssen. Muss mindestens eine Runde dazwischen sein. Ich meine, was soll ich denn sagen? Ich habe einfach Johnny erschossen. Ihr habt mich alle angestarrt. Was? Hallo? Wer hat sich hier geküsst? Irgendwo habe ich einen Kuss gehört. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Schon wieder? Wer knutscht hier? Ich glaube, das war Timo. Das war bestimmt Timos satte Lippen. Ja, jemand war ordentlich was rausgehauen. War jemand mit Waluri-Jeans Bett? Hallo? Nee. Ich habe einen Platz neben mir frei. Komm schon, ich habe das ganze Geld. Jawoll. Oh mein Gott, was müssen wir hier sehen? Achso. Naja. So, pass mal auf. Ich will eine Sache sagen. In Sachen Traitor. Sean und Fully sind immer sehr Trigger-happy. Ich glaube, wenn die beiden Traitor werden, hätten sie schon losgeschossen. Fully hat gerade versucht, in mein Gesicht zu schießen. Nein. Das ist ja egal. Ich bin ja bei euch. Solange ich mich als letztes tötet oder so, kann ich auch mit euch abhängen. Ah, nice. Ich glaube, irgendjemand schlechtes ist Traitor. Ricky. Ricky! Die Sache ist, wenn du Ricky im Team hast und Traitor bist. Nicht gut. Nicht gut. Guck mal, hier wird mich halt keiner finden. Was ist unsere Traitor-Ratio eigentlich gerade? Haben wir drei? Ja. Wenn ich hier so tot liege. Da habe ich mich tatsächlich auch schon öfter versteckt. Oh, hier ist echt Pisse. Ich kann mich halt hier perfekt verstecken, wenn ihr mich jetzt umbringt. Ja, aber vielleicht sollten wir dich umbringen. Okay, ich vertraue euch. Ich vertraue euch erstmal. Ich habe ja mal den Sterben gehört. Er will unbedingt, dass wir ihn töten. Guck mal, er liegt Hockey. Er kann nicht identifizieren. Oh, wie her? Wir haben einen Blocker. Oh, wir haben einen Blocker. Sicher ist das kein Deathhaker ist? Der Blocker. Oh, oder so, ja. Da steht doch nicht, dass da ein Blocker da ist. Ja, es warnt der Deathhaker. Hockey! Hockey! Stirbt alle! Stirbt! Nee, du stirbst jetzt. Ich glaube, er hat es wieder ge... Sag mal, was war das denn gerade, Hockey? Ich bin tot, hör dir zu. Du siehst ja einfach, wenn du mit Ricky im Team bist. Das ist richtig scheiße. Ich sehe da so drei Leute mit Waluigi in der Hand um die Ecke laufen. Scheiße. Familientreffen. Familientreffen. Einfach voll ablästern über mich, weißt du, denk ich, ich hör nix. Ja, es ist so richtig. Statistisch bewiesen. Ja. Statistisch lügt. Ich hab Zombie grad die Galil geklaut, sorry. Zombie, jetzt kann ich es ja verraten, ich hab geküsst aus dem Jenseits. Oh. So, wen... Da vorne ist jemand. Kann ich mich jetzt eigentlich hören? Ja. Team? Ja, ja, save save. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Okay, okay, okay. Pass auf. Da hinten läuft dieser Clown-Fulli, siehst du ihn? Er ist mir nicht ganz geheuer. Hey Clown, was machst du denn hier? Warum hast du keine Waffe? Bist du Traitor? Shit, rechtfertige dich. Ja, der Clown hat auf uns geschossen. Nein! Der Clown hat auf uns geschossen. Verpisst euch. Der Clown schießt auf uns. Was die A-Soziale. Das Lustige ist, ich hab auf dich geschossen, aber das ist okay. Er hat den Magneto-Stick. Ja, ich weiß. Ja, der Clown war Traitor. Was hat er getan? Ja, gut. Er war frech. Er war ein Clown. Naja, pass auf, Maeve, er ist... Und er hat angefangen, er ist mit dem Magneto-Stick durch die Gegend gelaufen und... Ich mein... Ist ein Traitor-Ding zu machen. Er hat keine Clowns-Nase. Ja. Ich glaub, die Decke ist weit oben. Wer ist nicht Buggy? Ich hasse es übrigens, dass man... Kann man auf dem Boden Spray machen? Nee, auch nicht. Guck mal, ich hab Spray. Oh, es geht schon wieder los. Oh, ja, ja. Es ist fast leer. Ihr habt das Bowser-Ding gehört? Ihr seid Traitor. Ihr seid alle Traitor, oder? Wir haben übrigens einen Traitor gekillt. Warum? Warum kommt die Leiche her? Jeder Anwesen hier. Den hab ich erschossen. Komm, ey, wir küsst dich. Komm, ey, wir küsst dich. Komm, ey, wir küsst dich. Hallo, Maeve. Was los? Ich hab noch mal einen Kuss. Komm, ey, wir küsst dich auch noch. Okay. Ich glaub, ich hätt gern irgendeine Waffe. Ich hab das Gefühl, die Traitor sind ein bisschen... Sind aktuell ein bisschen... Ich will nicht sagen... Schlecht. Was? Hier, schön leise. Ich geh zu dir. Wo ist denn Johnny? Ich hab gerade zu mir gesagt, ich will nicht sagen, dass die Traitor schlecht sind, aber dann dachte ich mir natürlich Johnny. Wo ist er hin? Da läuft Johnny. Johnny? Bleib doch mal stehen. Johnny? Ja? Nee, was ist? Shit, bist du Traitor? Hey! Hör auf! Hör auf! Was willst du? Bist du Traitor, Johnny? Wieso schießt du auf mich? Nein! Sicher? Was macht ihr beide hier? Ich hab Angst vor euch. So, weil Johnny, warst du im Traitor? Schon bis deswegen sollen wir uns vorbeigelaufen? Dachte ich mir doch. Oh, ihr habt einen Kuss. Hebt ihn auf und gib mir einen Kuss. Wie krieg ich den Kuss? Ach, da! Kuss? Au! Au! Da drüben war Johnny. Johnny. Der war Traitor. Ja. Hat er sich doof angestellt? Was hat er gemacht? Aua. Oh, okay. Alter. Alter, Pulli, was machst du für Conclusions da, Alter? Ey, ihr habt zwei Traitor gefehlt. Ohne Anleitspunkte. Was sollte die Scheiße? Also, auch Sean und Pulli, was sollte denn das? Also, das sind Standards, die wir ersetzen für Leute filmen. Der Clown ist mir nicht ganz geheuert. Nein, nein, nein. Du warst mit Magneto-Stick unterwegs, okay? Das ist echt so. Du warst im Traitor-Shop, das war offensichtlich. Die hab ich nicht mal ausgehen lassen. Nein, nein, nein. Ganz ehrlich, ganz ehrlich getan. Wir hatten keinen Grund, dich zu erschießen. Wir haben es trotzdem getan. Nee, 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 das stimmt nicht. Du warst einfach Traitor. Ich bereue nicht. Also, ich bin wenigfalls ehrlich. Pulli ist ehrlich. Pulli ist ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Nun ja, Pulli. Wir werden sehen. So, der alte Defi. Wer ist das? Ich glaub, ich hätt gern irgendeine Waffe. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich bin der Detective. Ist aber nicht so frech. Nein, nein, nein. Ich hab irgendwas mit Sass gehört von Sean. Aber dann hab ich dich hier getroffen. Na, geil. Der einzige, die mir sass sind, sind Leute, die ohne Koffein im Blut den Tag überstehen. Oh, ja. Ja, ja. Deswegen trinke ich grad einen Kaffee. Ja, ich hab grad einen Zug aus meiner Monster Energy. Er lernt es auch einfach nicht. Er ist einfach zu verdächtig. Er lernt es auch einfach nicht. Er ist einfach zu verdächtig. Ach, ja. Hast du ne bessere Waffe oder ne Handfeuerwaffe, ne kleine oder so? Ich hab halt nur die, ähm, Sniper. Naja, ich, also, ich mein, das ist ne Handfeuerwaffe, aber ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich... Ja, die ist halt ein bisschen besser, als nur mit ner Sniper rumzulaufen, deswegen. Ich hab übrigens sehr viel Pilator, falls du stirbst. Ah, nice. Maeve, warum verwundert? Ich bin mit dem Detektor unterwegs. Warum willst du mich hier anstarren, Maeve? Entschuldigt. Und dann hast du wieder erschossen. Und jetzt liegt er hier tot. Weil, wer liegt hier tot? Ach so. Ja, um den ist nicht schade, der war Traitor. Der war Traitor, ja. Ich hab mir dann sein Menü geöffnet und sein freundliches Steam-Profilbild hab ich dann so angelächelt. Und dann hast du ein bisschen leid getan. Er hat so ein freundliches Bild von sich drin, ja? Das stimmt, das stimmt. Oh, da oben wird geschossen. Ebenfalls geht da oben übrigens die ganze Zeit ab, was ich interessant finde. Da oben wird viel geredet. Ich hab nur gesehen, dass Zombie hochgefahren ist mit dem Fahrstuhl und seitdem wird da oben richtig viel diskutiert. Zombie spielt einfach das Mind Game. Und jetzt ist ganz ruhig da. War das so schlecht? So schlecht. Ich hatte das Gefühl, er war dem Tod nahe. Es ist eigentlich Pichocky. Es ist eigentlich Pichocky. Pichocky ist scheinbar nicht. Hat jemand Pichocky identifiziert? Der ist 100 pro safe, aber ich geh mal gucken. Aber wir haben gewonnen. Sau gut. Na gut, scheiße, wenn man scheiße ist. Ja, Maeve. Ich hab nicht geschossen, meinte. Schon, äh. Maeve, was sagst du? Fast so gut auf deinen Kopf gezielt wie Leute beim örtlichen Männerkloß, oder? Was? Was? Sie waren neben der Toilette, tatsächlich. Was war das im Vergleich? Wieso zielt man da auf den Kopf? Nein, man zielt nicht auf den Kopf, aber der Pissstrahl ist immer neben dem Klo irgendwo. Ich nehm mir mal ganz kurz Teile. So, weil er schlecht gezielt hat. Ja, ja. Githano hat so ein bisschen Johnny-Aim gehabt, ja. Ey, was ist das denn? Hier sind keine Waffen-Pulli. Nee, ich bräuchte eine. Willst du eine von meinen Duel-Elites haben? Ich meinte eigentlich Ricky-Aim. Äh, ja. Na, ich brauch die selber, ich hab sonst keine Waffe. Kannst du hier eine abgeben, ne? Scheiße. Ich muss eine Waffe suchen. Nee. Und jetzt auch noch einen Energy trinken. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab auch noch eine Sniper, das gefällt mir nicht. Nee. Ach, Sniper, Sniper. Oh, also, wo ist Maeve? Wo ist Maeve? Da ist er. Ja, aber ich hab mein Problem. Ja, aber mein Problem ist, Mogi, pass auf. Was tut die denn? Das ist eine Granate. Ah, du hast was getrunken? Ja, ich hab getrunken gerade. Hast du eine Granate geschlürft? Nee, ein Monster. Nee, das erhöht ja dein Leben nicht. Das senkt nur deine Lebensdauer. Das ist auch was, das da liegt. Aua! Was war das denn? Das ist eine heiße Kartoffel. Du brauchst ein bisschen heiß von dem Kuapensaft. Guck mal hier. Okay, komm mal her. Oh, mir geht's gar nicht gut. Komm rein. Vertrau mir. Wirklich. Vertrau mir. Nein. Ich hab doch nie einer Person meinem Leben so wenig vertraut. Mach die Tür zu. Naja. Beim nächsten Mal würde ich sagen, das hätte auch ein bisschen extra kosten können für so einen Service. So zufrieden. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So. Ich fahr mal mit dem Fahrstuhl. Da drüben. Schau mal da drüben im Fahrstuhl. Ey, 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 warte mal, warte mal, die Leiche ist untersucht. Die Leiche ist untersucht. Aber wir haben Blockers. Oh, das ist T-Mod. Der Blocker kann Leiche untersuchen. Wer war das jetzt? Ach, scheiße. Wer hat gerade die Leiche untersucht von uns? Oh, Johnny. Johnny? Johnny? Was? Ich war nicht mal hier. Johnny? Johnny? Ich hab gerade ein Achievement bekommen. Ich spiel seit einer Woche TTT. Ricky spielt seit einer Woche TTT. Das ist eine Lüge. Aber es würde doch einiges erklären, würde ich meinen. Es würde doch einiges erklären. Die Sache ist, wenn ich was viel nicht wissen. Wenn man mit Ricky im Team ist, ist das quasi ein Todesurteil. Naja. Ja, und so war es dann auch. John, wie kannst du nur? Ich hab' dir vertraut. Es tut mir leid, mate. Alter, 4, John. Ah, Zombie war der Blocker. Da hab' ich dich voll entlarvt eigentlich, dass du der Blocker bist. Ich wusste, dass es Mogi sein muss. Also für dich Zombie, wenn du Blocker bist... Der Mogi war's nicht. Also schon, aber nicht ganz. Der Blocker ist ein Traitor. Der Blocker ist immer Traitor? Okay, ich war die ganze Runde Blocker. Ich hab' nicht gecheckt, dass ich Traitor war. Bist du... Und du kannst quasi... Bis ich auf einmal Symbole auf allen gesehen hab. Und du darfst quasi... Ich glaub' alle Traitorrollen sind rot. Genau, du kannst quasi auch als einziger... Ich steh' in die Runde afghaner Toilette, falls ein Traitor mich sucht. Weil ich kurz mal ein Discord-Overlay mach, dass man sieht, wer mit welcher Stimme redet. Ah, alles klar. Alles klar. Ich hab übrigens eine Woche gerade bekommen. Ich hab' einen Schiefen bekommen. Eine Woche Gary Spot. Gary Spot. Da hab' ich ein Geschenk für dich, Ricky. Herzlichen Glückwunsch. Was denn? Ich will Geschenke. Ich mag Geschenke. Oh. Ich steh' auf solche Spielchen. Was neu installiert hat oder was? Alter, heiß. Heiß. Oh, da sind ganz viele Leute. Die Firma dankt. Herzlichen Glückwunsch. Die Firma dankt, Toki. Ich will die, ich will die Gerl haben. Ach man, jetzt hab' ich die SG-550. Hast du die Winch jetzt dafür gedroppt? Ich hab' ihn gehaften und hab' ihm die Galil geklaut. Das ist so scheiße. Pulli, das ist so korrupt. Statement. Korruptes System, in dem wir leben. Was für ein Statement? Weitermachen. Pass auf, dass du nicht den Arm verlierst. Ich glaub' die waren alle scheiße, oder? Ja, waren sie auch. Kann ich den Tisch haben? Kann ich den Tisch haben? Äh, ja. Es gibt gar keinen Tisch, das ist die Rezeption. Ja. Ja. Ja, was für ein Zimmer? Ja, Junior Suite bitte. Mit Stühlen? Willst du sitzen? Was ist denn die Junior Suite? Wollen wir sitzen, Oli? Ja, wir wollen sitzen. Ja, wir wollen schon sitzen, ja. Ein Bett? Zwei? Drei? Getrennt? Zusammen? Also wir brauchen drei, weil Ricky braucht zwei Plätze. Oder Rennen, Rennen ist gut. Oder Rasen, Rasen. Ein Bett. Okay, ein Bett können wir machen. Bluten. Warum? Was passiert? Was? Was? Wie ging jeder Schuss daneben? Wollte mich ver... Was? Was laberst du? Du bist Traitor, Bro. Johnny ist Traitor, Johnny ist Traitor. Oh, okay. Ich dachte, da oben sind die... Da oben sind beide Traitor. Ich dachte, Johnny ist Traitor. Nee, Johnny ist nicht. Oh, mein Gott. Wurfstähne vom Kindmisch. Wait, wait, wait. Okay, ich kill den. Oh, wieder mal die Statist... Vor allem bei mir... Ist er bei mir? Oh mein Gott, bei mir. Seht ihr jetzt? Ich habe ihm Headshots gegeben bei mir. Sein Gesicht ist rot und blutig. Wir haben das. Oh. Seht ihr das? Kill ihn. Bitte. Du bist Spiel. Ich hoffe, er muss mal kommen. Zumbell. Zumbell. Boah, er ist so gruselig gerade. Er ist wie in so einem Horrorfilm. Ich schwör's dir. Er ist so gut im Videospiel. Er ist so am Zittern. Oh, das ist clever. Er ist clever. Wo ist er hin? Er ist clever. Hä? Scheiße, was geht hier ab? Junge. Scheiße. Stell dir vor, er macht so irgendetwas. Lalalalalalalala. Nein. Scheiße, nein. Hä? Wir haben auch kein Radar oder so, oder? Ey, sich aufm Klo. Wo? Zu deinen Hockey. Hä? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Waluigi, komm raus! Oh mein Gott, die Waffe hat keiner gewöhnt. Keiner trifft. Oh mein Gott! Was? 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 Holy shit. Okay, sorry. Wir haben den größten Gamer unter der Sonne eingeladen. Aber wirklich. Scheiße. Allein hast du sich da hochglitcht über diese... über diese Kabinen. Das war ganz anders wild, ey. So gruselig, wie sie dich eingeschätzt haben. Er war wirklich sicher. Und dann wurd's so ein Horrorfilm einfach. Ja, er war wirklich so ein Horrorfilm-Antributes in dem Moment einfach. Vor allem aus unserer Perspektive war das so... Johnny bist du Traitor? Wenn du's mir sagst, werd ich dich nicht killen. Johnny, du bist nicht... Naja, du musst auch nicht mit uns reden. Ah, ich hab ihn auch nicht... Achso. Ich bin nicht Traitor und du wirst mich doch so oder so killen, oder? Nö, stimmt nicht. Mave, würd ich ihn killen? Wenn ich zu viel rumstehe? Äh... Dann ist es doch bestimmt. Eigentlich schon, ja. Nee. Gut für mich. Nee, würde er nicht, oder? Nicht... Naja, da sieht man's mal wieder. Gertano? Also man hört dich nicht ingame? Da sieht man's mal wieder. Ja. Achso, ja, ich bin da. Ich müsste jetzt an so'n stummer Klauen. Ist ja so'n Patronien, würde es sein. Dann siehst du's vor deinem geistigen Auge. Wie so'ne Vision. Ja, 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 ich seh's. Mave müsste auch Traitor sein, denk ich. Sorry, Mann. Sorry, Mann. Ich bin gespannt, was Johnny noch machen wird. Hey, warte, ich hör' euch! Ich hör' euch! Seid ihr dumm? Aber der Hansch hat ihn nicht gesehen. Hallo, was habt ihr gegen ihn? Der Hansch hat ihn nicht gesehen. Was macht Gertano? Was? Okay, easy. Ah, sorry, Jungs. Ihr seid leider. Oh, die drei sind Traitor. Leider bist du zu spät gekommen. Oh Gott, ich bin so... Sean ist immer Traitor. Das gibt's doch nicht. Der Hansch hat seine Vision, ne? Kann man den noch... Ja, das ist natürlich... Ich dachte, das wär' jetzt random, aber ja. Sie sind von der Seite. Das ist mega langsam. Oh. Wart runter. Wenn die rauskommen, dann gibt's aber Ärger. Dann gibt's aber Remi-Demmi. Nein, wieder nicht. Oh mein Gott! Was? Nein! Was war diese Bombe am Ende? Wer hat denn hier so ne Bombe geschlossen? Ich hab noch ne Holy Hand Grenade in den Fahrstück gewonnen. Haben wir überhaupt gewonnen oder verloren? Ist das alles explodiert? Ich bin verloren, okay. Ich hab' euch gehört, aber ich muss direkt da sein. Wir standen alle zu dritt unten und dann haben wir nur so... Ja, wir fahren mal runter. Und wir haben anscheinend das schwerste Kaliber gekauft, was geht. Scheiße. Ah, schön. Ja, jetzt sollte ich auch mal ne Runde gewinnen. Wo ist ein... Wo ist ein... Wo ist ein Firebrow? Den kann man doch immer am Anfang killen und gibt... äh, bekommt Easy-Punkte. Nein. Der war nie Badger. Der war nie Badger. Haben wir Galtano gesehen? Nö. Nein, wir haben nicht Galtano gesehen, Moggi. Vicky ist übrigens da drin im Fahrstück-Traitor-Shop. Oh, nee. Okay. Timo's Detektiv. Ich stehe. Hi Riki. Er hat sehr lange in eine Richtung einfach nur gestartet. Und die Richtung in die er gestartet hat, war nicht der Schalter, um runterzufahren. Ich hab ne One-Hit-Gun jetzt. Und ich seh nichts damit. Ach du Scheiße. Ich will ne Waffe haben, Riki. So, 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 so. Äh. Also, Riki ist schon mal confirmed innocent. Oh nein, ein Zombie ist tot. Spricht das falsch aus, man spricht das Zombie aus. Machst du, Zombie? Wie? Oh. Nein! 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 Weißt du das, Riki? Das weißt du, Riki, oder? Bro, was willst du von dir? Nein! Aber was hast du denn mal? Ich helfe dir. Oh, gut, dass wir da auchgegangen sind. Das tut mir wirklich leid. Da wurde ne Traitor-Waffe grad geschossen. Warum hast du geschossen? Warum hast du geschossen? Da oben, weil da oben so ein Ding ist. So, 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 das hat ihn gefressen gehabt. So ein Bahnekeller, wie auch mal das Ding hieß. Okay, ich hab's nicht ganz genau gesehen. Ich hab dich nur schießen. Wir waren Traitor, ja. Nee, da waren die Sardellen echt. Er hat recht. Da wurden diese Sardellen aus Spongebuck geworfen. Hilfe, 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 Hilfe! Oh, er wird von nem... Wohl, Bro. Was? Hau das Ding kaputt. Danke. Da wollte ich ihm helfen. Wie kann das wissen ich nicht? Ja, ja, da wollte ich ihm helfen. Ist alles schon passiert? Zombie, du bist das Hockey, du bist der Traitor. Nein, nein! Ey, hilf mir, hilf mir! Jack, hilf mir! Hau das Ding ab! Hau das Ding ab! Jetzt wird einfach ein Werder von diesem Part. Nein! Hockey müsste es... Nein, nein, nein! Zombie, Zombie war's! Ich hab' ein gutes Gefühl. Okay. Ich hab' ein gutes Gefühl. Ach, schon halt auf die F. Ich hab' ein gutes Gefühl. Nein! Du bist nicht die Taktik, wenn du, oder? Das muss ich überhaupt ein Fehler machen. Warte, 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 warte! Ja, dann ist das Hockey's safe, oder? Ganz ruhig, ganz ruhig. Die hängen wieder alle auf einem Haufen rum. Bis auf Fulltime. Was macht denn der Halbzeit-Gamer? Leute? Nee. Nee, die leben auch Fulli, keine Sorge. Ah, hier. Du kannst nix tun, du kannst nix tun. Nein, das geht mir zu. Ich will das nicht. Oh mein Gott! Ja, in diesem Raum zerren? Alleine? Nein! Nein! Sackgasse! Sackgasse! Scheiße! Oh! Ich seh' nix! Ich seh' nix! Fuck! Ah, scheiße. Fertige Runde! Was ist das? Oh was? Bist du'n schön... Nein! Oh Gott! Was passiert hier? Okay. Okay. Oh mein Gott! Das war... Das war... Das war ne wilde Runde. Ich glaub schon. Fulli ist es! Was? Warum ich? Warum ich? Schade! Bist du selber gepressen worden von dem Ding? Kann das sein? Ja, ich muss sofort selber gepressen. Riki hat mir auch so eins gegeben und ich wurde auch davon gepressen. Nee, ich war das nicht. Nee, das war dasselbe, was mich gegessen hat. Nee, das war nicht das... Ich hatte aber auch so'n Teil um eins zu setzen von Riki bekommen. Oder von meiner Leiche? Nee, Riki hat's mir gegeben. Ich hab' ihn nicht ausgecallt, dass er Traitor ist und im Traitor-Shop war im Faust. Achso. Achso, okay, okay, okay. Ja, das ist manchmal so... Manchmal haben wir so'n Teil um eins zu setzen von Riki bekommen. Runden, wo einfach ein Industrin auch einfach Traitor wird, weil der Traitor ihn umgarnt hat. Ja, klar kenne ich. Es hat meistens was mit Mogi zu tun. Ja, meistens Mogi und E. Ja. Oder Riki und Mogi. Wollt ihr eigentlich auch das Overlay haben? Ich kann euch den Link einfach dazu geben. OBS, Browser-Quelle. Nö. Nö, okay. Wollts nur anbiegen. Aber schick ruhig mal rein, nachher gleich. Ich will gleich sehen, wie's aussieht. Riki, hast du ne Waffe gesehen? Hallo, du Rad. Nein. Ich hab selber auch nur ne Brechtange. Nee, ich wollte keine Traitor-Waffe. Ich wollte nichts andeuten. Nee, ich weiß nicht. Ich hab auch selber noch ne... Das ist, wenn man hier nicht rechtzeitig richtig steht, dann sieht man, wenn das Licht angeht. Wie dropp ich sowas wie ein Jetpack? Ich würde echt gerne ein Jetpack geben. Äh, mit Q. Das Jetpack. Oh Gott. Kannst du damit jetzt einfach fliegen? Ja, oh Gott. Ja. Au, ich hab direkt Falsschaden genommen. Nimm vielleicht das Jetpack von meiner Leiche. Hallo, Freunde. Und hab mit Seid. Und hab mit Seid. Und hab mit Seid. Ich bin nicht Detective. Naja, dann geh ich mal. Die Fliegel fliegt dann schon genau da so ums. Ich weiß nicht, was ihr da unten redet. Aber das ist okay. Hm. Kann ich hier irgendwo mit dem Jetpack ne Sneaky Location einnehmen? Irgendwas, wo man mich nicht so einfach sieht. Da oben. Oh, da kann ich noch weiter hoch. Uh, da kann man sonst, können andere Spiele sonst nicht hoch. Mr. Jetpack? Mr. Jetpack, haben Sie ne Waffe gesehen? Äh, ich hab, ich hab ne MP7. Detektiv hier drüben. Okay. Wo ist sie hingefallen? Sie ist durch den Boden gefallen. Die war zu schnell. Jetzt hab ich nur noch ne PL228. Aber ich hab noch was besseres. Du. Nein, dann bleib du da oben. Jetzt wirst du doch nicht alles runter, was du hast. Ein Graffiti. Okay. Ich mach hier ein Kreuz hin. Vielleicht guck, dann stellt sich jemand drauf und kannst ihn abschießen. Das ist kein Kreuz, das ist ein Kreis. Oh, clever. Yeah, warte. Und ich mach noch Pfeile hin aus allen Gängen. Das ist der perfekte Plan. Da wird 100 pro jemand gucken kommen. Die Traitor, die können sowas nicht widerstehen. werden sich nicht helfen können dabei. Das ist doch dumm. Perfekt. Okay. Und ich stell mich einfach hier hin und antworte nicht mehr. Okay. Naja, jetzt... Hörst du sie von unten noch reden? Nee, kann niemand mehr reden. Hm. Drei Innocents wurden schon getötet. Oh Gott, da sind noch viele Traitor übrig. Ja. Ich hab da, glaub ich, einen gerade gehört. Willst du das Jetpack wieder haben? Kann ich auch hochkommen, ja. Diesmal ist sie nicht durch den Boden gefallen. Oh nein, noch ein... Oh Gott. Oh Gott. Es sind wirklich... Oh nein. Es sind wirklich nicht mehr viel übrig. Pass auf mit dem Fallschaden. Ach so, das ist wie man meinen Kopf gedreht hat. Ich verstehe. Ich auch. Sehen müssen. Das ist super. Sie kommen. Ich bin einfach raus nach der Map. Oh ja stimmt. Hi Jungs. Bestimmen. Ja Johnny... Was ist denn in diesem Ex verborgen? Muss wohl ein Schatz sein. Ich glaub die Hand schon gar nicht mehr. Ja. Ich schieß mal. Ich auch. Der Schatz ist beim Ex. Das Ex markiert die Stelle. Oh oh. Da ist ein Schatzjäger. Ich seh... Oh oh. Mir geschieht nicht gut. Au. Aua. Scheiße. Wo ist der denn? Ah. Au. Komm schon. Ich glaub der Server stirbt wegen dem riesigen. Bei mir. Okay. Okay. Der stirbt einfach komplett. Alles lag bei mir wegen. Jetzt ist ja was hier bei uns angrad. Das ist gut zu sagen. Ja ja ja. Hör. Ich werd abgeschossen. Ich werd abgeschossen. Ja da oben. Da oben in dem Geländer ist Zombie. Oh. Zombie. Der kommt von irgendwo gleich angeschissen. Warte mal. Nicht schon wieder. Da oben ist Moggi. Smoggi. Nein das stimmt. Ich geh jetzt zum Ex. Das markiert nämlich die Stelle. Ja. Du schaffst das Folie. Keine Ahnung wie das gemacht hat. Moggi da oben. Ähm. Timo da oben. Und Moggi und so. Wie kommt man da hoch? Jetzt kannst du auffliegen. Keine Sorge. Glaubt. Wir sind halt so absolut. Wie seid ihr überhaupt da hochgekommen? Wie geht das? Jetpack. Mit dem Jetpack. Mit dem Jetpack. Also was Dummes nur so gut funktionieren. Oh mein Gott. Ich war schon eine Albrein in den ist jetzt tot. Also warum noch ne Brücke gerendert wird überhaupt wo ihr drauf laufen könnt. Ich konnte euch gar nicht mit Ex. Ohne ein Ex. Ich war mit Kollision. Ich weiß nur noch als ich sagt du soll ich mal Chaos stiften und einfach auf Folien geschossen wär aber plötzlich Chaos stiften. Oh Gott jetzt sind meine Arme ganz buggy. Aber das ist okay. Hauptsache nicht mehr ein. Kollateralschaden. Das hab ich eben auch gehabt. Das ist nach der Runde wieder vorbei. Hockey hatte Kollateralschaden gesehen. Hä ist das doch Kollateralschaden. Was ist denn von mir? Die Waffe. Wo ist ne Waffe? Ich glaub der will sterben Hockey. Wollen wir ihn suchen? Ja, heißt das nicht so das Wort, das heißt doch so, oder? Kollateralschaden halt. Ja, was will er denn? Ich glaube, wie du es gesagt hast, das war mehr wie Cola, aber ich weiß auch nicht. Ich würde ihn umbringen. Das ist immer ein guter Vorschlag. Juice. Da gibt es richtig Guave. Hier unten gibt es lecker Guave, die du kaufen kannst. Merkmann hört dich nicht. Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, den Bullshit anzumachen. Ihr seid unter mir, oder? Oh mein Gott, Johnny. Kann ich mal in die Toilette setzen? Nee, ist hinterm Klodeckel versteckt einfach. Hallo! Was sind die im Spiel? Bin ich gerade... Rik, ich bin gerade so verwirrt, was? Ist das... Was? Was? Das ist gar kein Spiegel. Das hätte ich nie gewöhnt. Ich dachte vorhin, die Spiegelung funktioniert nicht in diesem Level, aber das sind einfach zwei Räume. Oh mein Gott, man kann hier was hinsprayen. Ja. Ja. Warum kann ich nicht sprayen? Ich bin gespannt. Du hast doch gesagt, du hast was cooles vorbereitet. Ja, habe ich auch. Warte, warum kann... Warte. Geh mal raus. Ist nicht G der Knopf für Spray? Wir wissen, dass Bulli und Hockey Traitor sind. Ja, G ist Spray. Die heulen wir uns. Warte mal... Das habe ich nicht gemacht, würde ich sagen, ja? Und die Buben auch noch falsch. Die Buben... Ich habe das nur auf Google gefunden, okay? Ich habe Sprachkommunikation mit G, hä? Wie heißt das Spray in der Steuerung? Irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal. Timo hat absolut keine Lampe gerade. Ich habe echt keine Waffe. Willst du gucken? Ich... Ich... Ich habe auf G Sprach... Sprachkommunikation, das Spray. Oh, wer macht... Mafer hat gerade für mich nachgeschaut. Die haben... Die haben gerade eine Granate geworfen. Aber... Deswegen haben wir ihn getötet. Weil er eine Granate geworfen hat. Aber der war am Anfang bei mir und man hat... Refit die Logo, okay. Nee, das ist ein Arschloch. Das ist Sprachkommunikation. Das ist Sprachkommunikation. Wir haben nur einen Traitor vor uns. Warte. Vorsicht, Zombie. Wir zünden ihn an. Ach, ich habe es auf V. Natürlich, ich habe es. Pass auf. Ich habe es. Ich habe es. Was macht ihr da? Vorsicht, heiße Kartoffel. Heiße Kartoffel. Heiße Kartoffel. Au. Au. Shit. Man sieht es trotzdem nicht. Ich habe heiße Kartoffel geschrien. Man sieht es trotzdem nicht. Was soll denn das? Das ist kein Spiegel, Hockey. Nee, nee. Ist mir aufgefallen. Warum funktioniert das Trade trotzdem nicht? Was soll das denn? Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Nee, nee. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Oh, Mieke. Ich schwöre es dir. Und dann ist Zeit zu töten. Kann man dich kaputt machen? Warum hast du auch Fully geschossen? Ja, ich war nur irritiert. Warum habt ihr auch Fully geschossen? Naja, das war ich, aber das nicht so. Die Ratte ist es. Die Ratte! Der Ratte riecht. Du hättest es fast geschafft, Mogi. Das war krass. Ach, fuck. Hat diese Granate niemanden gekillt, die ich ins Klo geworfen habe? Nein, doch, die hat meint gekillt. Doch. Das war nur die Hände der Date. Aber ich war halt im Scheuerungsmenü für Mogi. War das so ein Metatrick, Mogi, dass ich in den Tag... Nee, ich dachte mir auch, soll ich jetzt was machen, nachdem du für mich nachgeschaut hast? Das wäre ein bisschen unfair. Rede nicht mit mir, Fully. Ja, war mich denn töten? Meinst du? Wir sind fertig miteinander. Es tut mir so leid, Mann. Bitte. Komm, schau. Gib mir eine Chance. Warum funktioniert das Spray nicht bei mir? Spray funktioniert nicht. Komm, schau. Man sieht es einfach nicht. Hm. Hallo da drüben. Nichts für dich. Sch, sch, sch. Nichts für dich. Nichts für dich. Maeve, ich glaube, du bist noch nicht... Man hört dich nicht, glaube ich. Ah ja. Vergesst es immer. Ihr versteht euch einfach ohne Worte. Das ist wirklich so. Er hat doch gar nicht hinterfragt, dass ich nicht mit ihm geredet habe oder so. Ich habe mir die überhaupt nicht gehört, wenn ich auch trotzdem was bekomme. Warum kann... Warum kann ich nicht sprayen? Ich habe so ein lustiges Spray. Ich habe Maeve und Monty zu uns geholt. Die haben nichts, die haben neu, die haben ein Schlangendinger zu geholt. Oh Gott, die Schlange! Jesus, nicht! Ah, die Schlange! Gott! Jesus Christus! Hat jemand einen Kuss, um mich aufzuhallen? Nein! Rikki ist Traitor. Er läuft hier rum. Achtung! Among Us! Achtung! Oh Gott! Rikki ist Traitor! Johnny ist schonmal erledigt! Was? Oh, und Hoki auch, okay. Ja, chillig. Beigelöst. Ja, cool. Er macht merkwürdige Dinge mit mir. Gestorben. Er war, äh... Er war aber... Ne, innocent. Oh, da ist ein Kuss! Oh, da ist ein Kuss! Oh, da ist ein Kuss! Nein! Er war... Sean! Mein Bruder! Warte, wen darf ich küssen? Die sind Mates, ich küsse dich. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Wir haben nicht zu vertreten, mit einem Groll gewiesen zu sein. Oh, wir haben jetzt gestorben. So, so, so! Innocent also! Oh, oh, oh! 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 Ich weiß es nicht! Ich bin doch gar nicht tot! Hä? Aber er war nicht tot! Aua! Wird auf mich geschossen! Ach ja, stimmt. Da war ja was. Aua! Der ist tot! Aua! 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 Oh nein! Wieso muss ich genau jetzt nachladen? Hoki! Eine Minute! Sehr schön! Sehr schöne Runde, Junge! Ey, Hoki, ich war so verwirrt. Ich war so unsicher, ob du wirklich Traitor bist und einfach die ganze Zeit die Gegner da bei uns spawnst, oder nicht? Nein, 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 nein! Ich weiß nicht, ich hab mit Traitor mit ihr ja gerade, wenn wir sind dann fertig. Das wäre echt verwirrend, ja. Riki, es tut mir auch wirklich leid, dass ich nicht nützlich sein konnte. Ist doch nicht schlimm. Wir haben trotzdem gewonnen. Ja, man wurde von den Schlangen in die Falle gelockt, als wäre man Eva. Ja, ich hab einfach Moki und Maeve hier, weil sie Waffe gegeben hat. Hier viel Spaß! Es war der dumme Bouncy-Ball-Lounge, eine schlechtere Waffe gibt's gar nicht! Ja, zumalett ist Maeve die andere gerichtet. Ähm... Ja, was, Jonny, bist du gerade im Shop? Nein, warte... Pass mal auf, Jonny, dann beweist es doch mal! Ne, pass auf, pass auf! Nein, beweist es! Hier, los! Da liegt der Golden Deagle, wer weiß es! Warte, was muss ich denn jetzt machen? Keine Ahnung, ich werde ja schießen, wenn du einen siehst. Hä? Oh, das ist interessant, was gerade passiert ist. Ja, das ist auf der Air-Taste. Ja, das, äh... Ich glaub... Hä? Was war das? Die Tat, dass du das überlebst, bedeutet das, Jonny, bist du ein Narr? Haben wir eine Narr, diese Runde? Das könnte sogar sein, ja. Jonny hat zwei mit der Golden Deagle geschossen und das, das ist... Maeve, was halten wir davon? Jonny und Ricky jetzt miteinander verbunden, die Teilnehmer leben. Oh! Ja, dann bist du ein Narr. Das heißt, wenn wir Ricky ins Bein schießen, tut das Jonny weh? Müsste eigentlich. Aua! Warum schießt du mir jetzt bei Aua? Hä, warum... Habt ihr das nochmal erklärt, was ein Narr ist? Mh, was? Nein! Ach so! Ah ja, der Narr macht niemandem Schaden und wenn der Narr erschossen wird, dann hat er gewonnen. Und derjenige, der in der schießt, ist nächste Runde Dummkopf und kann nichts machen. Was ist das? Das bedeutet, Ricky ist nah, oder? Ja, okay. Ja, Ricky wollte gar nicht granatisch sterben. Wo ist das Feuer hin? Ich hör's nur, aber ich seh's nicht. Ich hör's auch nicht. Es ist echt nicht. Nee. Gar nicht. Jonny sagt auch nix mehr aus irgendeinem Grund. Jonny, du bist im Spiel und auf Discord gemuted gerade. Nee. Ach so, ich weiß nicht. Bist du gerade auf WhatsApp ne Simse ver... Ja. Timo, das ist dir gerade eben auch passiert. Ich glaub, er ist gar am Brand gestorben, oder? Armon. Nee, 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 nee. Freunde. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Easy. Nein, aber wirklich der Nah. Ach komm. Nein, wir waren verliebt. Und wir waren verliebt. Und wir waren verliebt. Was? Oh nein. Was? Was? Das war aber, das war, das war. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wer hat Zorni bei jetzt erschossen? Ach du... Ein Nahe als Liebespärchen ist das ... Das kann das ist sein? Das war fies. War's was, Ricky? Hat Zorni nico eigentlich erschossen? Ich bin der Nahe, Mogi. Deswegen hat die Golden Deagle ... Ja, nee, aber jemand hat ... Aber jemand der Zorni erschossen hat hat, die gleiche Waffe wie Ricky. Oh, ich hab mir ... Also, wenn ich Nahe bin und die Golden Deagle benutze, ist dir einfach ... Du machst keinen Schaden, richtig? Ja, der mit dem Nah im Team war, der hat nicht mal gewonnen die Runde, weil der Nah erschossen wurde. Ne, stimmt. Ha, das war ärgerlich. Ich habe nicht mal den Nah prinzipiell erschossen. Ja, Polly, komm mal mit. Das war gemein. Machen wir doch was Lustiges aus der Runde hier. Ja, klar. Darf ich aber ein bisschen, darf ich ein bisschen, äh, wachten so? Ja, klar. Ja, du bist ein Trottel. Du bist ein Trottel. So, erstmal alle Tön-Check noch mal. Nie so frech sein. Okay. Steh schon. Ist dieser Spiegel echt? Ja, der ist echt. Ah, stimmt. Ich habe verschiedene Laken. Du Vollidiot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ein Superschar verwendet und damit Sean gekillt und der war ein Narr. Ich war in Hand und habe gerade irgendwie eine Vision gehabt, wie Hatsune Miku eine Treppe runtergefallen ist. Riki, weißt du, wofür es an der Zeit ist? Die Bonusrunde. Wofür? Die letzte Runde. Oh mein Gott. Letzte Runde. Was heißt das? Hallo? Was heißt das? Das ist die letzte Runde. Wahrscheinlich machen wir noch eine Bonusrunde. Ja, es gibt immer eine Bonusrunde. Also die letzte Runde ist die letzte Runde. Das ist so laut. Alter, ich will sterben. Alter, ist das laut. Das ist so laut. Okay, welchen Song hast du am meisten genossen, Zombie? Wenn du jetzt bewerten wirst, ich meine. Juppie! Okay. Ich bin vollidiot. Du bist dummkopf. Scheiße, ich bin nicht mit einer. Aua. Aua. Dummkopf, dummkopf. Du bist so scheiße und hässlich. Das, was Hockey sagt, höre ich und Johnny, warum bist du geschwächt? Johnny, du bist gemutet. Johnny hat wirklich getötet. Johnny hat wirklich getötet. Johnny? Nein, nein, stopp. Oh mein Gott. War wie ein Blocker. Das ist so. Junge, ich kann grad grad gar nichts. Mein Kopf war voll mit Ding. Johnny wüte dich. Meiner hat auch voll mit Ding, Johnny. Du musstest mich erst mal leuten. Du musstest mich erst mal leuten. Hä, wo ist mein Dupferfinger? Folie. Oh mein Gott, was ist das mit ihm? Warum fliegt der so? Warum fliegt der so? Oh mein Gott, aua. Du hast geschlossen. Aua, ich bin fast cool. Easy. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Nein, so wollen wir auch loschen. Also, der Dummkopf ist quasi, der Dummkopf ist quasi, der Dummkopf ist quasi jemand, der den Trader getötet hat, kann nichts außer, er kann den Nagel, aber er kann Trader fallen machen. Mogi, würdest du mich vielleicht nicht umbringen, weil ich Schaden hab? Ich versteh nicht, was Trader fallen sind, aber klingt gut. Die Sache ist, du hast auch nicht geredet. Okay, Bonusrunde. Let's go. Bonusrunde. Trader fallen sind die Buttons auf der Map, die man so aktivieren kann. Drogenhände. Mogi. Ja, die Sache mit Johnny ist ja so suspekt unterwegs, weil die ganze Zeit irgendwie... Johnny, du machst die ganze Zeit dein Toggle nicht an und dann bist du die ganze Zeit so super suspekt unterwegs, weil du einfach nichts sagst. Ja, ich bin so ruhig dann. Ja, du sagst nicht, du bist unterwegs, du bist die Geschwächte. Ich hab auch nur einmal geschossen, da drin und dann, ich will mit dir besser reden, aber dann weiß ich... Du wüsstest halt auch nicht, was da gerade los war. Ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Das wird mir alles langsam ein bisschen zu weh. Crazy Dudes. Das stimmt. Die Chance war da. Ja eben. Crazy sind die. Warte mal. Ah, Hockey? Hä? Hockey war Detective. Wer hat den Detective erschossen? Naja. Man weiß ja, wie es läuft. So. Wo, wo? Lebt noch jemand? Oh, es leben noch alle. Ja, alle. Wir haben uns hier versammelt. Ich hab keine... 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 Geschossen? Von... Von Folly. Folly war... Folly war Blocker, okay. Du hast geschossen, Gethano. Genau. Ich hab's gesehen. Nein, nein. Okay, geht... Weil du mir das grad einfach unterstellst, sinnlos... Ich schon schaff's! Pass auf! Warte, komm. Warum hast du mir das unterstellt? Das ist so gelogen. Das ist einfach gelogen. Ich hab nicht gefossen gerade. Morgi! Du Ratte! Mein Morgi ist nett. Ne, ich bin nett. Nett. Nett bin ich. Aua. Papier. Okay. Starke Runde, Junge. What the fuck? You traitor, okay. Yes, der Papierflieger hat's wieder mal geschafft. Ich war undecided und ich hab mich zum Blocker decided und... Scheiß. Was ist der Papierflieger? Warum der Lügenvorwurf? Du hast dich doch nur selbst... Der Papierflieger fliegt ihm super langsam hinterher. Kann man den abschießen? Nee, nee, nee. Der Papierflieger fliegt... Du warst Traitor. Der Papierflieger fliegt schneller, je weiter der Abstand ist. Also je näher er rankommt, umso langer fliegt er. Okay, okay. Ja, man kann ihn irgendwie auch nicht loswerden. Du kannst so oft, dass jemand anderen... Doch, man kann ihn abschießen, aber er hat... Er hat ein bisschen viel Leben. Ist jetzt die Folge vorbei oder ist jetzt Bonusrunde 2? Ja, machen wir noch eine Bonusrunde. Bonusrunde 2. Bonusrunde 2. Bonusrunde 2. Alter, 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 geil. Es ist fast so, als ob es zum ersten Mal Weihnachten... Nein. Es ist fast so, als ob es zum ersten Mal Weihnachten wäre, oder Dorky? Ich hätte auch Electric Boogaloo sagen können. Der wäre auch stark. Johnny, du bist unmuted. Johnny, du bist nicht im Discord. So wie jeder Romain. Dann habe ich das ja ingame gesagt mit dem... Dieser Jonathan. Junge, ich kriege das immer durcheinander. Alter, ich... Das ist schlimm. Ja, ich weiß. Warum keine Waffe schauen? Ich weiß nicht so. Demitator hat meine Rolle geklaut! Ja, ja, ja. Was zum Fick ist der Amnesist? Ich wollte... Ich wollte hier sehr schön rumreden, aber hab mich gemutet dabei. Ey, wenn du ne Leiche... Oh, wenn ich ne Leiche finde, werde ich die Rolle von der Leiche. Der Ente hat mir ne Chili geworfen. Ich will ein Traitor werden. Dick, ich will ein Traitor werden. Bitte. Bitte gönn mir das. Dick, ich will ein Traitor werden. Warte doch bitte. Ich bin kein Traitor! Hey, er schießt auf mich! Ja, ja. Ich dachte du... Was? Halt mal die Schnauze! Yes! Okay, ne. Das war wirklich random. Dick, alter. Starker. Ey! Er war doch gerade Verräter. Ach der Arme. Ja, das wäre halt schön gewesen für Morgi, aber... Er wurde instant umgeworfen. Er wird nicht sauer sein. Er wird nicht sauer sein. Er hat gelacht. Ich bin so sauer. Dann dachte ich mir so, jetzt gebe ich den Headshot. Ja, ja. Er hat ja auch vor... Er hat ja auch vor... Er hat ja auch vor, ihn direkt umzubringen. Nachdem er das macht. Weil oben in der Mitte stand, der Arme sitzt, ist jetzt ein Verräter. Aber ich glaube, er hat gerade auch gelacht, tatsächlich. Ja, kann sein. Also, ey, ich vertraue euch allen, bin ich ehrlich. Nein, ich bin so sauer gerade auf Maeve, es ist unglaublich. Ich hab's gesehen. Ich aktiviere dich auch im Traitor. Ja, ist ne Miene. Ah ja. Ey, wo ist er? Wieso lacht er? Wieso höre ich vor, die Lachen? Ich glaube, die beiden könnten die Runde gewinnen. Ich glaube, es sind gute Spiele als Traitor hier. Ja. Ich mag es auch einfach, in ne Miene-Twelle zu laufen. Hm. Hast du noch coolen Stuff? Äh, ne, ich hab gar nichts mehr. Ja. Protip benutzt nicht den Mario-Pilz. Ja, ja. Dadurch, hab ich gesehen. Man kann hier do it. Der ganze Map hat ja geleckt. Man kann hier do it? Man kann hier do it? Timo und Zombie. Seit wann ist das? Timo und Zombie? Was ist mit Timo und Zombie? Timo und Zombie? Na, wir sind unter euch, Leute. Chillt. Wir sind nicht über euch. Aua. Ich glaube, er wurde erwischt. Nein! Oh mein Gott, nein! Ich glaube, dass er über die Kabinen kann. Oder? Gute Zeiten. Schlechte Zeiten. Ach so, Timo wusste nicht, dass die Spiegel fake sind. Okay. Oh, ich hör überall diese scheiß Fallen. Wo ist die Mindturtle? Wo ist die Mindturtle? Alter! Morgi, ich war das gerade noch von 1 bis 2. Wie sauer warst du? Das war so gemein. Wie sauer warst du, Rikki? Ich war nicht so, ich weiß, dass das gebrindet kam. Oh, shit. Die Mindturtle funktioniert jetzt bei mir. Yo! Ich hab endlich nicht mehr diesen Scheiß-Sound. Nee, let's go! Das ist auch ein netter Vorgeschmack für den nächsten Part. Zombie, willkommen bei TTT. Schaltet beim nächsten Mal. Ist das ganz schnell aus, wie gesagt. Oh. Tut mir leid, Leute. Wie spricht Johnny denn Zombie aus? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.